Was bringt ein Mann dazu, in einem Blizzard rauszugehen und kaltflüchtig zu töten? Ich weiß es einfach nicht. Ihr werdet überrascht, was ein Mann tun würde. Das regt die Fantasie an, oder? Ist noch Platz für ein Meer? Ich bin nicht scharf drauf, Spazierfarben zu veranstalten. Sehr vertrauensvoller Typ, ne? Nicht so wirklich. Ich verbringe auf gar keinen Fall mehrere Nächte unter einem Dach mit Leuten, die ich nicht kenne. Also wer seid ihr? Okay, Herrschaften. Folgendes. Ich sorg dafür, dass die Frau hängt. Die Belohnung sind 10.000 Dollar. Das Geld gehört mir, Jungs. Oh, das ist interessant. Ja. Hold on! Blabsey steckt mit dem unter einer Decke oder mit ihr? Das ist mein Problem, Blackie. Ich weiß es nicht. Einer von denen hat vor uns allen Übel mitzuspielen. Letzt mal Klartext! Schön langsam. Ganz langsam, Freunde. Wenn du in die Hölle kommst, sag ihnen, Daisy hat dich geschickt. Jetzt stimmst du! Niemand sagt, dass dieser Job leicht werden würde. Sagt aber auch niemand, der müsste anstrengend sein. Gibt es hier irgendjemanden, der darauf scharf wäre, mich davon abzuhalten? Mann, Mann, Mann. Schätze, in Minis Miederwarenladen wird es in den nächsten Tagen reichen.